Moin. Hast du schon was bei ihr gemerkt? Mh, mh. Hätte sich gar nichts anmerken lassen. Ja. Hey. Hey. Aber es ist doch schon fast zwei Tage her, dass du ihr das QT375 gegeben hast, oder? Mh, ja. Mh, ja. Mh, ja. Das Arschloch, nicht die Pussie. Mh, ja. Das Arschloch.